Willkommen zu unseren News am Wochenende Kalenderwoche 21 und das sind die News der Woche. THQ Nordic ist weiterhin auf Einkaufstour. Viele europäische, vor allem deutsche Entwicklerstudios befinden sich schon im Portfolio des österreichisch-schwedischen Publishers. Nun gesellt sich auch der Gothic-Entwickler dazu. In einer Pressemitteilung gab THQ Nordic den Kauf des Essener Entwicklerstudios Piranha Bytes bekannt. Durch den Kauf liegen die Rechte von Gothic, Risen und Alex nun beim neuen Besitzer. Was haltet ihr von der Übernahme? Eure Meinung würde uns interessieren. Microsoft selbst hat schon im Vorfeld mächtig auf die Trommel gekloppt und eine Mega-E3-Show angekündigt. Jetzt soll ein angeblicher Leak die komplette Mega-Xbox-E3-Show enthüllt haben. Der Leak wird unterteilt in drei unterschiedliche Kategorien, sortiert nach Wahrscheinlichkeit. Neben bekannten und schon vermuteten Spieletiteln wie Gears 5 oder auch Halo Infinity sind auch Titel von Drittanbietern aufgelistet. Und nicht nur Spiele befinden sich auf der Liste, auch soll uns laut des Leaks Project xCloud und mehrere Konsolen vorgestellt werden. Eine Auflistung des Leaks findet ihr in unserer Videobeschreibung. Zur Info, der angebliche Leak stammt aus dem Neo-Gift-Forum und sollte mit Vorsicht genossen werden. In den letzten Jahren investierten viele Spiele-Publisher wie Ubisoft oder Activision Blizzard in eigene Film- und TV-Studios. Und jetzt gesellt sich Sony Playstation auch dazu. Zwar besitzt Sony mit Sony Pictures einen Konzern mit mehreren Film- und TV-Studios, doch das neue gegründete Studio Playstation Productions soll sich voll auf die Geschichten der Playstation-Spiele konzentrieren. Mehrere Projekte befinden sich schon in der Planung. Eines der ersten Verfilmungen des neuen Studios soll eine TV-Serie zur Twisted-Metal-Reihe sein. Dies berichtet ein Reset-Era-User, das angeblich Sony Pictures CEO Tony Vince Guerra verlauten ließ. Natürlich stellt da sich die Frage, auf welche Verfilmung welches Playstation-Spiel würdet ihr euch freuen? Seit Jahren müssen PC-Spieler zwischen mehreren Launchern hin- und herspringen. Ob es Steam, Origin, Uplay oder auch das relativ neue Epic-Store ist. GOG will dieses Problem auf einen Schlag lösen. Mit ihrem eigenen Client namens GOG Galaxy 2.0. Eine neue Version des bereits existierenden Galaxy-Launchers. GOG Galaxy 2.0 soll alle Spiele von anderen Launchern in eine Bibliothek integrieren. Auch die Funktionen wie Online-Status, Freundesaktivitäten oder Chat soll im neuen Launcher funktionieren. Laut GOG soll der neue Launcher sich nicht nur auf PC-Spieler limitieren. GOG strebt alle großen Plattformen einzubauen, auch Konsolen. Hierfür sei man derzeit in Kontakt mit mehreren großen Partnern. Auf einer Investoren-Präsentation erklärte Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, wie wichtig First-Party-Spiele sind und auch in Zukunft bleiben sollen. Derzeit besteht der Marktanteil von First-Party-Spielen bei 20%. Die restlichen 80% sind Titel anderer Studios. So ähnlich war das Verhältnis schon auf der Playstation 3. Derzeit besitzt Sony 13 Entwickler-Studios und dies wolle man in Zukunft ausbauen, um auch auf der Playstation 5 dieses Verhältnis aufrecht zu erhalten. Das waren die News der KW21. An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen. Außerdem interessiert uns eure Meinung. Was haltet ihr von der Übernahme von Piranha Bytes durch THQ Nordic? Auf welche Verfilmung welches Playstation-Spiel würdet ihr euch freuen? Und was haltet ihr von der Launcher-Flut? Ist GOG Galaxy 2.0 die Lösung? Würdet ihr es nutzen? Nutzt dafür einfach die Kommentarfunktion des Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.